jetzt wir können uns heute in folge für offenen marsch wir werden mal ein bisschen meistern fahren wenn man den fendt weg holen ich versuche es jetzt nicht schauen wir noch heute was schaffen letzte folge heute sonntag so schau mal sind kriegen natürlich ist das blöd dass der rand wie er überhaupt nicht gemacht hätte aber was soll es und die können wir ordentlich cd fahren lassen hoffentlich das wird einfach nicht möglich sein und das feld wollen wir sowieso nutzen für getriebe und für andere drecke schwelle und so folgen wir ja zwar einen guten wenderadius aber ja so gut auch hier nicht das programm läuft zeit läuft das ist 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 du wirst das ist mehr aus ne und das fahren der neue Traktor wäre doch jetzt schneller mal schauen wir, wie das hat mit dem Gewicht die Sammlung kommt auch schon jetzt habe ich den Rad dran naja, ich habe hier mal einen Prost eingefahren und wäre ein bisschen optimal würde ich mal neu machen, aber also hier wie ich Stelle hinstellen würde und andere Gebäude für Tewe, Dünger und so das muss ich denn hier nicht mehr das ist toll das ist voll also ich halte auch 50 km h kommt und wie er sehr hohe Straße hat vom Fahrverhalten und vor allem ganz wichtig ist, wie eine Kurve gehen und beim Bremsen Bremsen ist auch ganz wichtig ich kann nur ein bisschen Frucht wegschroßen und damit er das ist auch nicht Entschuldigung Soja und das liegt daran gehen weise das kann man ganz kurz mit dem Motorrad lauter machen 10% soja 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 das ist schwierig richtigermaßen aus die die schnell fahren jetzt soll hier auch in silo rein das war nicht so gut machen wir alle an dann kann er sich losjagern also erfährt nicht mehr gut in kurve obwohl er auf 3 kommt er nicht rum so, dann fahren wir mal drücken weiter und man, wenn der kreis ist irgendwie klein so, dann rüber verdichten gleich noch zu verdichten ist noch nicht geeignet aber der ist zu leicht dafür sauberter So die Vorhersage, eigentlich trockener, so wann er soweit ist, kann doch dauern. Es hat schon geregnet, wo die Nacht begonnen haben, also früh um 6 Uhr. Naja, dann würde die Wolke nicht mehr leben. Ist halt so, ne. Wir fliegen noch ein bisschen Zeit, wir müssen ein bisschen Abstand lassen für einzelne Arbeiten. Mal schauen, fliegen und fängt wieder an. Naja, fangen wir nicht mal an. Jetzt machen wir erstmal die Vorhersage. Ja, aber hängen an, anhängen könnte man, ähm, auch immer besser. Ja, das ist halt. Ja, das ist halt. Ja, das ist halt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist schnell? Ich habe die leichten Größe hergenommen. Das ist ohne Wassergerät. Das ist ein bisschen was man sich. Das ist eine Älmung. Von Schuppi-Meker. Kann ich noch nicht rumlaufen. Ich muss ja bei Regen arbeiten können. Ich bin ja die ganze Hunde. Ich kann es packen aus. Ich kann es nicht rumlaufen. Wirklich fast. Mal schauen, ob wir reinkriegen. Ich glaube, wir haben sich um was vorgesehen. Wir werden die Strahlen weiter machen. Das ist Pflicht. Mal schauen. So ein Sauberter. Sieht ja auch nicht mehr auf. Wirklich fast. Wirklich fast. Wirklich fast. Ja, so ist das ne, dann haben wir einen neuen Traum fertig, weil er auch teilweise kann. Das heißt, das finde ich nur verarbeiten und hochladen, ja, hochladen am Vormittag und am Nachmittag die anderen Rundfäulen aufnehmen, aber das machen wir gerne. Ich freu mich mal auf Schulmilieger, auf Ziesenroth und Wetter und Jahreszeiten. Das muss in der Schlage klasse machen. Im Winter werden wir mehr oder weniger Holz machen. Und ansonsten früher wird es aussehen und heute Erd, Sommer und VW weniger, haben wir auch weniger Stress, weil dann kommt das kundige Kappe. Oh! Hierbleiben! War davor. War davor. War anders. Wenn da alles so klein ist, dann ist das schlecht. Tja, Wetter ist auch kurios. So, dann mach kurz und dann kann man noch einspringen. Was ist das? Es ist wieder Kurt wie du? Entschuldigung. Wie war das? Wie war das? Ich habe das Nevekabel. Und jetzt ist das? Ich habe das! Wie war das? Ich habe das Nevekabel! Und ein paar Wachstenscheinchen. Wer wachst, dann ist das neu. So liebe Freunde und Herren, das war's für heute gewesen, weil ich hoffe, dass es euch gefallen. Ich würde mich gerne in meinen Lives freuen, genauso würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut. Dann seid ihr noch nicht so glücklich. Ciao, ciao, bis dann. Ciao.